Guten, hey, herzlich willkommen hier ist euer Kevin Knöpft. Ich bin wieder Minenkraft auf eine neue Welt, weil ich habe keinen Blassenschen mehr, wo ich die andere Welt abgespeichert habe. Ist auch gut. Ihr wisst, diese Woche ist Weihnachten, oder? Da gucke ich mal. Diese, beziehungsweise diese Woche schon die letzte Schulwoche, endlich mal. Aber für mich, persönlich gesagt, das letzte Mal Weihnachten für diese Schule, wo ich gerade bin, weil ich bin in der 9. Ich schreibe demnächst Abschlussprüfungen. Nächstes Jahr, ja, habe ich keine Lust, Mathe, Deutsch, Englisch. Darauf habe ich keine Lust. Für, ja, ich habe sowieso geplant, ab nächstes, nee, in 2017, wenig Tick mehr Videos produzieren. Ja, die Videos, was ihr gesehen habt, habe ich alle vorproduziert, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich musste für Arbeit lernen, etc. Weil, ja, Arbeit lernen, dann hatte ich noch Projektprüfung. Das ist aber auch schon ein wenig Tick länger her, so drei Wochen. Nee, das war vor der Herbstferien, glaube ich, keine Ahnung. Da hat die mir Thema Sammlung, wenn es jemand interessiert. Aber, wie man es nimmt. Gut. Wenn die Nebengeräusche hört, dann sorry, das ist mein Aquarium. Mein Aquariums. Habe ich, glaube ich, in irgendwelchem Video mal gesagt, was weiß ich. Auf diese Map werden wir erstmal Frieden spielen. Wenn ich mehr ein Haus habe und alles habe, dann werde ich vielleicht einfach auch mal ein paar Freunde einladen. Zum Beispiel. Wenn die mal online kommen würden. Ich nehme im Moment nicht mit Aufnahmeprogramm direkt auf, weil es ist defekt. Keine Ahnung, was da los war. Eigentlich nehme ich von der Vita PlayStation TV. Die kommt jetzt direkt in den Computer. Dann wird es dort aufgenommen. Aber seit Wochen geht es nicht, weil irgendwas spinnt. Muss ich demnächst mal gucken. Und da habe ich gesagt, erst mal keine Lust drauf. Dafür nehme ich ein paar Handy auf und ein paar Stativ. Und ganz klein ist ein Selfie-Stick. Ich habe so ein Stativ, das ich auch habe, aber ein Tick größer. Ich will nicht sagen, ist es schwerer als es meiner? Ich denke schon. Ich habe 24 Prozent noch. Oh, ganz super. Und nachher meckert das Ding rum. Bitte Akku aufladen. Über. Wahrscheinlich wäre es dieses Video auch erstmal vorproduzieren, so drei Folgen. Weil über Silvester kann ich euch sagen, da kommt ein Video. Das habe ich auch schon. Das war jetzt, was ich vergessen habe. Das Zeug auszuschalten. Silvester kommt ein Video. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Mit King Angel 43. Mit, wahrscheinlich, vielleicht noch mal mit einem Freund. Und der Justin. Justin Dylan Rye kommt auch. Das heißt, das wird lustig. Aber ich werde wahrscheinlich diesen Video schneiden. Kommt vielleicht so eine Woche später. Zeig es ab, wenn ich am Computer habe. Ich habe auch ein Schnittprogramm drauf. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, weil ich einfach keine Musik drauf habe. Oder generell, ich mag dieses Schnittprogramm nicht. Von YouTube könnte ich zum Beispiel ein Schnittprogramm benutzen. Aber ich komme meistens nur einmal pro Woche am Computer dran. Oder ich könnte dran gehen, aber manchmal habe ich auch keinen Bock drauf. Mann. Die nächste Folge habe ich oben ausgeschaltet. Die Clash of Clients folgen. Und Pokémon GO habe ich erst mal, stelle ich mal ein, weil es einfach mir arschkalt ist für Pokémon GO. Weil ich habe auch mein Handy platt gemacht, weil ich es mal vorgestellt habe. Weil ich hatte keinen Speicher mehr. Das Ding hat mich vollkommen genervt. Immer auf was aufgehoben. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich mal Systemzurücksetzung gemacht. Weiß es kann ihn schon. Ja gut, kein Killer-Kannickel. Apropos für Minecraft. Auf der Playstation Vita, PS3, PS4, Xbox und Xbox 360 glaube ich, wird ein Update rauskommen. Da werden die neue Elytra alles reingemacht. Plus neue Ant. Und das Beste, ich finde auch cool, da kommt einfach mal Fallout Skin Pack rein. Warum nicht? Das würde ich mir ehrlich gesagt auch dann direkt holen. Weil Fallout ist cool. Nice. Oh. Ich habe ein Stack. Alles klar. Überwindet Weihnachtsferien bin ich komplett zu Hause. Wahrscheinlich am 24. bis 27. wird, denke ich mir, keine Videos von mir kommen, weil ich einfach keine Lust habe. Das weiß ich noch nicht. Aber am 24. keine Videos. 6 und, ja, 6, stimmt. 24er, 25er und 6. 26er kommen keine Videos. Nur vorproduzierte, wahrscheinlich Clash of Clans oder Clash Royale. Hängt es an, was ich vorproduziert habe. Ja gut. Und den Unboxing, wer das mal hat. Das würde, das wäre auch demnächst noch online gestellt. Oder noch benennen. Das könnte es heute oder morgen sein. Weil ich muss vorproduzieren, schon langsam. Weil wir über Sommerferien weg sind und dann über Osterferien nicht da sind. wir je zwei Wochen. Dann produziere ich es jetzt schon vor. Dann muss ich nachher einfach keine x-tausend Videos vorproduzieren. Aber dann muss ich alle auf geplant setzen, weil ich habe keine Ahnung, wenn ich in Afrika Internet habe. Das hängt, ich denke mir schon, aber im Hotel da weiß ich aber nicht, wenn ich auf YouTube reinkomme. Dann wird alles einfach auf geplant gesetzt. Jeden Tag ab 18 Uhr oder irgendwann Video online gestellt. Jetzt muss ich gucken. Nachdem wir einen Baum abgefällt haben. Oh Mann, ich bin müde. Äh, müde nicht. Doch, ich bin müde. Wir haben auch jetzt am 19. Dezember, Montag, 18.42 Uhr. Vielleicht, morgen gehe ich mit uns Klasse bohlen. Wahrscheinlich, ich werde ja da nicht aufnehmen, darf ich wahrscheinlich auch nicht, auch keinen Bock drauf. Ich kann nur ein bisschen mit Kamera rumzurennen, die ich von meinem Vater spiegelreflexig bin. Das Ding ist fett. Oder? Ne. Ich habe nie meinen Vater will sich vielleicht einen spiegelreflex holen. Da habe ich aber gesagt, wenn er was holt, dann mit einem umklappert Display. Ist praktisch von YouTube. Mein Vater hatte zum Beispiel so eine fette, so wirklich eine alte Spiegelreflex. Aber mit dem Film ganz alt. Ja gut, das ist kaputt. Da war ich einfach mal auf die Linse, wo ich noch Baby war, als Baby, habe ich auf die Linse gegriffen. Ja gut, das war dann kaputt. Aber da haben wir noch so eine, ey, ich will nicht sagen, so eine alte, fette Kamera ist auch praktisch. Aber da braucht man Kassetten nehmen. Warum Kassetten? Es gibt es heutzutage digital. Aber das war vor 20, 30 Jahren. Mode. Mode? Keine Ahnung. Sagen wir einfach mal alles ein, weil ich es vielleicht zum Beispiel irgendwo mal brauche zum Holz machen oder zum Verbrennen. Gut. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, bei Clash of Clans gab es ein Update. Auch bei Clash Royale da habe ich ein Video aufgenommen, wird auch demnächst online gestellt. Den könnte ich eigentlich sogar jetzt direkt machen. Aber naja, habe ich keine Lust. Hey, guck mal, ein geflecktes Kaninchen. Hallo. Na, mein Kleiner? Wie gesagt, es sind hier vier Kaninchen. Ach, süß. Was für Opfers. Die verrecken einfach mal, weil die einfach mal runtergefallen sind. Alles klar. Ich habe auch zwei, das wisst ihr, weil ich da habe ich einfach was gezeigt. Ich habe zwei Kaninchen, einer ist mir, einer ist meine Schwester. Und ich habe auch noch ein paar Fischis. Ich habe hier, wo ich gerade aufnehme, habe ich einmal 25 und einmal 54 und bei meinen Großeltern habe ich nur 116 Liter. Ich hätte die mir, ehrlich gesagt, hier hinstellen können, aber in der Praxis, ich habe keine Ahnung, wenn es mein Regal aushält, ist immer was anders. Gut. Diese Bauch, warum gehe ich wieder Autofokus nicht? Ah, wenn ihr meine Leiste nicht seht oder wenn es wenig hell ist, bin ich noch im Moment beim Einstellen die Sachen. Aber ich nehme jetzt im Moment auch Panty auf, weil es einfach nicht anders geht. Ich nehme auch irgendwann wieder von der Playstation Vita auf, habe ich auch. Ich will es einfach mal Killzone. Das Spiel habe ich auch, war hier wohl ein Schaf getötet. Oh, shit. Ich habe das vergessen, ich komme gleich. jetzt habe ich mal Aufnahmezeichen reingemacht, weil meine Eltern waren kurz weg oder so eine von zwei Stunden sind die weggefahren oder so eine Stunde. Da habe ich, jetzt nehme ich auf und jetzt sind die gerade gekommen. Na super. dann habe ich mal ein Schild drauf gemacht. Achtung. Aufnahme. Ey, ich habe eben gerade gedacht, wenn es war ein Schaf. Oh Mann. Kevin, 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 Junge. Ich habe mich wirklich gerade erschreckt. Warum hat Schaf auch meine Fute? Ich laufe vielleicht einfach ein paar wenig weiter weg, weil ich einfach keine Winterbejugung einfach bauen hat, weil es einfach nervt, wenn Schneid die, ja gut, nee, ich muss entsprechen. Ich will nicht sagen, aber es ist wenig leer. Naja, aber egal. Wir laufen vielleicht jetzt mal in die Richtung mit ein paar hundert Blöcke Lava. Naja, wenn man es nimmt, das muss ich mal gucken, wenn es wirklich so was, wenn es über Fernsehaufnahme wieder per Computermacher oder nicht, weil ich hatte Computeranschluss bzw. Radimanschluss war das Import reingetun raus. Ja gut, mir ist das Kabel nicht abgebrochen, ja kaputt gegangen, weil ich versehentlich raufgetrampelt bin. Ja gut, dann versehentlich raufgetrampelt vor mein Computer ausgerissen, dann geht es nicht mal rein, das super. Da habe ich einfach gesagt, auch kein Bock drauf. Das war so ein teures Radimankabel, das haben wir dabei. Ich kann mir nochmal so ein Ding holen. Ich kann erst mal demnächst wird auch noch ein Video kommen. Ich bekomme demnächst ein Paket. Da ist ein wenig Merge drin, nicht von mir, von YouTuber Paluten. Da habe ich mir was bestellt, weil ich mag den, ich finde den gut. Auch sein Merge. Ich habe mir so einen normalen Bulli bestellt. nicht so Nissen Hoodie mit Kapuze, nur normal, weil einfach das war noch, ist teurer, aber ich finde es schöner als ein Hoodie. Oder bei Hoodies kann man zum Beispiel auch nur im Winter tragen, auch im Sommer, aber ist mir viel zu warm dann. Und so ein Pulli könnte man auch jetzt tragen, Winter tragen, Sommer tragen. Das ist nicht so dick. Aber am Silvester gehe ich zum King 143. Wir kennen uns privat. Da feiern wir wenig Silvester. Das wird lustig. Es wird auch schon in Bethlehem weil ich nehme auf dort. Habe ich auch schon gesagt. Da werde ich mir dann auch den Mölk anziehen. Weil wieso nicht ehrlich gesagt. Es kommt dann auch noch Unboxing wie man es nimmt. Unboxing Ja gut. Ich glaube ich muss gleich essen den oder? Urmi. Na super. Aber egal. Ich mache vielleicht 20 Minuten je Park oder 15 Minuten hängt sich ab. Da hinten ist Lava weiter tiefer unten. Weil ich nehme mal komplett Kohle mit weil ich habe einfach keinen Bock mir noch was holen. Wenn ihr auch mal was sieht weil ich eigentlich gern mal ich sehe viel mehr als ihr weil meine blöde Handy Kamera nicht so besonders auf nimmt weil das nehme ich gerade mit nicht mit meine J5 auf mit so voll HD nur mit nur HD weil ich einfach keine Lust mein fettes Ding da einzuklemmen weil ich schreibe auch im Moment noch mit Steven Sorry wer jetzt was sehen habt Jetzt sage ich doch Anfrage Akku fast leer bitte am Ladekit anschließend boah meine Gute es nervt nachdem ich die Kohle abgebaut habe die ich mal hoch ho 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 24 kommt dann auch noch ein Video online für Weihnachten alles klar Kevin ist deutsch verlernt ja kommt dann Video online das könnt auch euch schon mal dick rot markieren 24 wahrscheinlich 80 oder kommt Video online aber schon auf genommen Ah doch nicht läuft gut jetzt haben wir es geklärt lasst ein abo da ja da würde ich sagen tschüss tschüss das war euer Kevin Kniff lasst bitte kostenlos abo da und geht guckt mal wenn ihr mich wirklich abonniert habt und geht bitte mal auf YouTube auf meinem Kanal unter Kevin Kniff dann geht auf meinen Channel Endsaps kann ich nicht machen Mann Junge drummal leider ich muss auf ein Video drauf klicken dann ist hier Autofokus dann ist hier Auto Mann Junge hier geht auf mein Channel hier hinten sollte was bei mir nicht eigentlich so eine Glocke sein drück da drauf dann wird ihr auch keine Videos verpassen weil ich hatte hier zum Beispiel vor 31 35 Abonnenten da weiß ich die Hintergründe da hatte ich 31 letztens jetzt wieder 30 guckt mal bitte wenn ihr mich wirklich abonniert hat und wenn nicht abonniert mich bitte danke und ja gut das sage ich mal tschüss lasst bitte ein Abo da und Daumen nach oben und einen netten Kommentar was ihr würde was jetzt für euch noch in Minekraft fehlt dazu sage ich mal ein Autofokus was wieder nicht reagiert und dann geht weiter